Ich bin Georg Froppichler. Ich komme aus Völs und bin 16 Jahre alt. Meine Idee ist, einmal einen Vergnügungspark zu machen in Tirol. Dass es irgendwann einmal in der Nähe von Innsbruck ist und nicht so weit fahren muss. Also du bist schon öfter in solchen Vergnügungsparken gewesen. Und was hat dir bei denen am besten gefallen? Die Achterbahnen. Und ja, das war eigentlich immer schon. Die Buffautos halt. Und du machst öfter solche Extremsportarten? Nein, eigentlich nicht so, aber hinten einmal ist schon perig. Also bist du so voller Adrenalin-Freak? Nein, das jetzt nicht, aber hinten einmal Achterbahn fahren ist schon perig. Also bist du schon öfter so Achterbahn gefahren? Ja, hinten einmal schon. Und du glaubst, dass das mehrere Jugendliche von den Taugen sind? Ja, eigentlich schon. Weil die anderen Vergnügungsparken sind immer so weit weg. Da musst du halt voller weit fahren. Und nachher da in Tirol weiss halt einmal näher. Und würdest du denken, dass da dann auch viele Touristen kommen würden? Dass das gut für unseren Tourismus war? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Aber ich glaube schon. Glaubst du schon? Ja. Ja, super. Ja, danke Georg. Ja, bitte. Ja, danke.